This game you're playing, they're special with my mind, you're messing with my Hey Leute, ich wollte mich erstmal entschuldigen, dass diese Woche kein Video kam und es tut mir auch wirklich leid, dass ich jetzt nur ein kurzes Informationsvideo bringen kann Jedenfalls musste ich diese Woche sehr viel an meinem neuen Zweitkanal arbeiten und deswegen konnte ich nicht viel für diesen Kanal vorproduzieren und ich hatte auch einen Neustart auf meinem PC, weswegen Videos, die ich vorproduziert hatte, nicht mehr da waren und ich sie neu aufnehmen muss Deswegen konnte ich diese Woche leider kein Video bringen Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist und Livestreams werden nach wie vor heute, also Samstag und Sonntag kommen Ich hoffe, dass ich das hinkriege und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend Was weiß ich, was ihr habt und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss